Immer wieder grüßt das Mubeltier! Jo meine Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei den XRP Bros. Ja Leute, neuer Tag, neue News, XRP News. XRP Deutschland ist heute wieder mal am Wochenstart mit euch verhandelt. Es ist nun mal so wie es ist. Ja Luis, jetzt können wir mal starten. Unter anderem haben wir sehr, sehr bullige News rund um Whipple XRP. Am Donnerstag gibt es ein geheimes Treffen. Und könnte es Donnerstag eine Einigung geben? Dies und vieles mehr. Es kommt auch ein Glitch und was weiß ich bei XRP. Schauen wir uns auch an. Schauen wir uns einfach in diesem Video an. Ich würde einfach mal sagen, um uns zwei und vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal. Haben gute Laune. Drücken auf Gefällt mir in diesem Sinne. Rein in die Olga. Gib uns ein Like und folge der Community. Denn wir berichten täglich über Whipple XRP. Wir sind nicht nur zwei Soldaten in einem Schützenkraben. Die XRP-Armee hat ihre Wallet durchgeladen. Ja Luis, ich hoffe du hast ein schönes Wochenende. Da wollte ich noch gesagt haben. Zwar haben wir uns jeden Tag gesehen und haben jeden Tag ein Video aufgenommen. Was denn auch sonst? Da keine Hobbys. Aber ja, ich hoffe, dir geht es gut. Ja definitiv. Guckt euch den Markt an. Also jetzt ist die Laune mal wieder da. Der vielen Greed-Index hat sich auch wieder erholt. Dann sehen wir hier nochmal wieder im neutralen Bereich bei 48. Also die Emotionen sind hier wieder ein bisschen runtergefahren. Und XRP jetzt seit einer Woche bei 25,55%. Also auch hier hört sich sehr, sehr gut an. Bitcoin hat die 60.000er Marke, wie ich auch im letzten Video schon gesagt habe, durchbrochen. Und hält sie gerade mit 62.952.000. Also wirklich dickes, dickes Statement hier von Bitcoin. Und Sinan, ich denke, der Bullrun, oder das ist auf jeden Fall jetzt der Indikator, der uns zeigt, dass der Bullrun jetzt hier weitergehen wird. Sommerpause ist bald vorbei, Luis. Dann geht es richtig ratterratter, glaub mir. Und schauen wir uns kurz mal XRP an. Und ich wollte noch gesagt haben, die Seitwärtsbewegung ist jetzt gerade am Start. Und gestern haben wir erhofft, dass wir am siebten Tag positiv wieder schließen werden. War nicht so geil. Aber heute geht es wieder mal positiv weiter, ne? Ja, nachdem wir so viel grüne Candace oder so viel grüne Tagesabschlüsse gesehen haben, ist es klar, dass es auch mal wieder rot sein wird. Wie gesagt, nichts geht hier wie eine Rakete. Nur nach oben, außer wenn hier die Anwendungen kommen. Ich glaube, das wird dann nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber, ja, müsst ihr natürlich abwarten, wie sich der Markt jetzt hier entwickelt. Und Freunde, was da natürlich noch mit der SEC und Ripple im Busch ist. Denn da haben wir immer noch nichts gehört. Wenn da was kommt, hauen wir es wieder draus. Aber hier hat der Jackson Rippler da draußen. Ich habe etwas zu SEC vs. Ripple gehört. Das schauen wir uns sofort an. Aber kurz mal hier das Boom nochmal von Jackson Rippler. Ja, und schon wieder ist es passiert. Es war, glaube ich, die letzten zwei Wochen schon einmal wieder der Fall. Und irgendwie komischerweise passiert es bei XRP immer und immer und immer wieder. Und hier jetzt bei CoinMarketCap sogar. Und zwar der Preis von XRP war auf 9.557.000. Also Freunde, das ist nochmal ein dickes Statement. Ja, mal gucken, was hier kommt, ne? Ja, hoffentlich haben das nicht die falschen Personen jetzt gesehen gehabt, als gestern dieser Glitch war. Boah, stell dir mal vor, es wäre mitten in der Woche und nicht Sonntag. Und die hätten, keine Ahnung, auf Chef seinen Tisch drauf, ja, du weißt schon was gemacht, ne? Ja, es gibt bestimmt wieder Leute, die hier denken, dass die 9 Millionen der XRP-Preis sein wird. Da muss ich euch nochmal runterholen, Freunde. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, dass das der Preis pro XRP sein wird. Wie gesagt, wir glauben ja auch an hohe Preise, aber hier Glitches können natürlich passieren, Freunde. Glitches, Mitches, aber Luis, stell dir mal vor, das wäre wirklich so passiert. Stell dir mal vor, 9 Millionen, wärst du dann hier noch am Sitzen? Das ist die Frage. Das ist die Frage, natürlich, es ist ja auch Spaß, mir macht Spaß, es ist das Hobby. Und das definitiv, wenn wir euch hier die XRP-News immer noch mit, wenn es da noch News gibt. Ich meine, bei 9 Millionen haben wir die Welt, glaube ich, schon übernommen, Sina. Ja, absolut. Ich sag mal so, wenn wir dreistellig sehen, da heißt dieser Kanal nicht mehr XRP-Deutschland, tut mir leid, dann wird dieser Kanal definitiv XRP-Party-Channel heißen. Dann geht's richtig los. Dann wird auch nicht hier gesessen, sondern auf der Insel. Auf der Insel, und dann geht's richtig ratterratterlos, Junge, dann nehmen wir die ganze Community mit und da, pass mal auf. Und dann kommt auch Olga ihre Zeit, ich glaube, sie hat auch gesagt, dann werden wir sie vor die Kamera treten. Junge, der eine oder andere dringt jetzt irgendwas komisches, hör auf jetzt. Schauen wir uns das hier an, was sehr, sehr bullig ist, da wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Das habe ich heute Morgen gesehen gehabt und ich war auf jeden Fall fasziniert. Ja, Whipple vs. SEC könnte diesen Donnerstag eine Einigung sehen. Ja, Sinan, wir haben jetzt den Montag, ein paar Tage ist es noch soweit, bis wir laut diesen Berichten die Einigung sehen könnten. Und Brad Hill, ein Botschafter der Kryptobörse BitTrue, schürte das Feuer der Spekulationen mit einem Beitrag zu X. Und Hills Tweet, der von einem Screenshot einer SEC-Ankündigung begleitet wurde, lautete BOOM! Also hier der Jackson-Wipler-Boom-Sinan und privates Treffen der Geschäftsleitung in ihren Hauptquartier in Washington für diesen Donnerstag, den 18. Juli bis zum 24. Juli. Zuverlässige Quellen haben uns darüber informiert, dass diese Treffen mit den Beschlüsseln zwischen Whipple und SEC und dem Abschluss des Gerichtsverfahrens zusammenhängt. Hashtag XRP, also hier wirklich soll das das Ende sein, Sinan. Luis, die treffen sich jetzt am 18. bis zum 24. haben die angesetzt, sechs Tage und es soll drum gehen, dass die eine Einigung zusammenhängt. Die Vergleichsverhandlungen hier und das ist ein dickes Statement und passt genau zu, wenn man noch ein paar Videos vorher bei uns guckt, war glaube ich auch der 24.7. ein Datum, was wir schon mal rausgearbeitet haben. Und hier haben wir es jetzt stehen, wenn sich das bewahrheiten würde und die Gerüchte sich bewahrheiten würden, wäre es definitiv ein großer Schritt für Ripple und für den Bullrun generell. Luis, die treffen sich in Washington DC und die könnten uns auch einladen. Da könnten wir auch mit am Tisch sitzen und vielleicht das mitverhandeln. Ja, das wird sich auf jeden Fall sehr, sehr gut für Ripple auszeichnen und das definitiv, Sinan. Aber hier haben wir auch nochmal stehen, dass bemerkenswert ist, dass die offizielle Ankündigung der SEC die Logistik und die Art des Treffens detailliert beschreibt, aber den Fall Ripple nicht ausdrücklich erwähnt. Und zu den Diskussionen stehenden Themen gehören jedoch Einleitung und Beilegung von Unterlassungsklagen, Einleitung und Beteiligung von Verwaltungsverfahren und Beilegung von Rechtsstreitigkeiten. Und solche Themen deuten darauf hin, dass das Treffen tatsächlich bedeutende Entwicklungen im Fall Ripple beinhalten könnte. Und genau das könnte auch den Preisanstieg von Ripple hier ausgelöst haben. Die Spekulation dazu, Interesse, wie gesagt, interne Leute, die schon wissen, dass der XRP-Preis stark steigen wird oder die Klage vorbei sein wird. Genau, jetzt ist natürlich unsere Komütige gefragt. Seid ihr der Meinung, die treffen sich und es gibt eine Einigung? Es könnte durchaus sein, dass es eine Einigung gibt jetzt kommende Woche, weil ich natürlich nicht vor Ort bin. Also ich bin auf Malle. Schön mit Olga. Ja, ja, genau. Mit Olga. Und genau, ich bin auf Malle, Leute. Und Luis wird alleine hier sein. Ihr dürft ihn natürlich unterstützen. Nicht dürft ihr, ihr müsst ihn unterstützen. Das wünsche ich mir vom ganzen Herzen. Und genau, wenn ich weg bin, das war bis jetzt immer schon so gewesen, wenn ich weg bin, passiert irgendetwas, ne? Wenn ich im Flieger sitze, passiert schon etwas. Irgendwie ist das ganz kurios, weiß ich, dass es für dich jedes Mal passiert. Das kann nicht sein, ohne Scheiß, wenn es wirklich diesmal auch so sein wird, ne? Ich fliege wieder mal in den Sommerurlaub und genau in den, in diese Zeit rum passiert etwas, dann weiß ich auch nicht mehr, ne? Wie hast du das denn gemacht? Hast du Olga ein Einzelzimmer gebucht, oder? Digga, was für ein Einzelzimmer? Sie hat, lass mich nicht aussprechen, einen Stall gekriegt. Und ich wollte noch etwas dazu sagen, und zwar folgendes. Hier machen wir mal kurz Vollbild. Und zwar darüber haben wir auch gesprochen gehabt, weil sich das immer näher zusammenspitzt. Haben ja viele Analysten auch gesagt gehabt, es geht nur nach oben. Und jetzt haben wir die kleine Candle jetzt das letzte Mal gesehen, die hochgegangen ist. Und meiner Meinung nach könnte es jetzt bald wieder mal hochgehen, ne? Ja, besonders, wie erwähnt es ja immer wieder, wenn die Klage durch ist, wird das meiner Meinung nach einen großen Push für XRP sein. Wir haben es alleine beim Teilsieg schon gesehen und das staut sich die ganze Zeit einfach nur auf, wie auch hier schon zu sehen im Chart. Und natürlich auch bei den ganzen Anlegern. Also hier liegt auf jeden Fall was im Busch, hier knistert es ganz schön bei XRP. Und ich glaube, mehr als bei jedem anderen Coin haben wir hier noch starkes Potenzial. Und der Preis von Ripple XRP steigt wöchentlich um fast 30%. Hier nochmal Good Candles kommen. Ja, XRP verzeichnet in letzter Zeit einen bemerkenswerten Preisanstieg, übertraf die wichtigsten Kryptowährungen. Und bestimmte Analysten prognostizieren zusätzliche Gewinne, wenn der Vermögenswert wichtige Widerstandsniveaus beibehält. Also wirklich mehrere Indikatoren, die XRP nach oben schießen können. Genau, Luis. Da wurde gesagt, einmal über 55 Cent, also bei 56 Cent ist ein Widerstand, 60 Cent, 66 Cent. Nein, das sind so die dicken Widerstände. Definitiv, genau, wie der Dollar. Aber ich meine, da haben wir jetzt noch ein bisschen vor uns. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir den Dollar dieses Jahr definitiv sehen werden. Und wenn wir dann natürlich die Klage sehen, hoffe ich natürlich auf das All-Time-High. Aber natürlich hier alles keine Finanzanlageberatung. Hier ist auf jeden Fall noch eine verrückte News, die wir heute Morgen gefunden haben. Wir wussten auch nicht, ob wir es reinnehmen, nicht reinnehmen, weil der eine oder andere fühlt sich, keine Ahnung, manche fühlen sich echt angegriffen. Wir lesen hier nur News vor und schauen, was im Internet so rumkursiert, machen uns die Arbeit und so. Und der eine oder andere, wie könnt ihr nur, aber es ist nun mal so, wie es ist. Wir ziehen uns mehr Experten raus. Ja, absolut. Und hier sagten Experte, XRP könnte ETH und BTC überholen, Luis. Ja, und hier haben wir das Statement von einem Experten und er behauptet hier, nennen Sie mich wahnhaft. Er sagt kühn voraus, dass XRP ETH übertreffen wird und möglicherweise sogar BTC. Also das ist auf jeden Fall ein dickes, dickes Statement von den Experten. Und zwar Crypto Bitlord, hier der Experte. Ein Veteran im Kryptosektor sagte kürzlich voraus, dass XRP ETH und möglicherweise sogar Bitcoin im aktuellen Marktzyklus übertreffen wird. Und diese kühne Vorhersage kam nur einen Tag, nachdem Grayscale, ein führende Kryptovermögensverwalter, XRP als einer der wertvollsten Kryptoassets der Branche hervorgehoben hatte. Und die Aussage von Bitlord hat eine breite Diskussion und Interesse an Potenzial von XRP ausgelöst. Hier ganz klar, wie wir es gerade auch schon erwähnt haben, XRP, ganz seit der schlafende Riese, ist noch nichts gekommen wie bei anderen Coins. Bitcoin hat schon hohe Anstiege gesehen, Ethereum auch schon. Und ich denke prozentual, wenn wir bei XRP definitiv Bitcoin und Ethereum outperformen. Und natürlich langfristig, preislich, ist das, denke ich mal, hier nicht so gemeint. Genau, jetzt noch zwei Sachen, um das alles hier abzuschließen, weil wir müssen noch Zweitkanal aufnehmen. Zweitkanal-Video kommt auch. Und zwar folgendes, Luis. Erstens, wie war denn dein hier Scheibenschießen? Der Tontauenschießen. Ja, genau. Ja, war grandios. Die Olga war mit dabei und die hat auf jeden Fall alles abgehoben. Haben wir auch ein Video dazu? Vielleicht können wir ein Video abblenden. Du hast irgendwas aufgefunden. Ich muss mal schauen, ob ich noch was finde. Genau, das blenden wir eventuell jetzt gerade ein und hoffentlich hast du gut geschossen. Und zweitens, wieso läuft hier seit Tagen eine Ziege und ein Schaf rum? Ja, hier ist doch Olgas Tradition, weil du doch mit Olga in den Urlaub fliegst. Hier wird Schaschlik gemacht, Zina. Ja, aber... Die Ziege, die mäht schon und... Junge, die haben auch so kleine Bällchen hier überall in der Flur abgelassen und so. Junge, nur weil wir gesagt haben, die hat zu uns gesagt, sie macht frischen Schaschlik, ne? Nur weil sie gesagt hat, frischen Schaschlik müssen nicht die Tiere hier rumlaufen. Ey, dann geht man zum Metzger und holt das Fleisch. Die holt das ganze Tier hier. Ja, Olga, die ist noch ein bisschen eher an der Natur und will dann lieber selber machen. Ja. Die selbst ist die Frau, ne? Leute, das war es auch schon wieder gewesen. Und zwar unter dieses Video ist ein Link zu Bitpanda. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ist reguliert, etc. Kriegt ihr auch Bonus, etc. Bla und blub. Da müssen wir gleich noch ein Telefonat wieder mal mit Bitwavo machen, ne? Da ist auch einiges vielleicht wieder am Laufen. Vielleicht gibt es ein Comeback. Aber ich möchte jetzt nichts zu viel sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn die wieder mal am Start sind, weil viele unserer Community stehen auf die Börse. Und vor allem, Luis, was haben wir noch? Hier, Zweitkanal nehmen wir jetzt gleich auf unter dieses Video. Ist ein Link auch zum Zweitkanal. Da dürft ihr gerne auch vorbeischauen, denn wir sind dort auch kurz vor 4000 auch willkommen. So Leute, ich würde einfach mal sagen, um uns bei uns vor allem die Familie zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drucken auf, gefällt mir. Ja, schreibt in den Kommentaren, was ihr zu den ganzen News sagt hier. Ihr kennt das Spielchen, wie ich es dir dann gesagt habe. Schaut in der Beschreibung vorbei bei unseren Werbepartnern, wenn ihr noch keine vernünftige Börse gefunden habt. Genau. Bis morgen, Leute. Schaut rein. Like den Kanal und bleibt mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Zinalus, Beo, Doppelsetz, sagt von Herzen Dank.